Jetzt muss ich versuchen herauszufinden, was hier falsch war. Es gibt definitiv Momente, wo man am liebsten seinen Computer an die Wand schmeißen würde. Jetzt schauen wir uns die Ergebnisse genauer an. Und es funktioniert immer noch nicht. Ist wohl doch schiefgegangen irgendwas? Nee, bisher habe ich noch leider gar keine Idee. Hallo, ich bin Simon. Ich bin 27 Jahre alt und studiere im Master Bioinformatik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Gerade mache ich meine Projektarbeit. Und das ist für mich der letzte Schritt, bevor ich mit meiner Masterarbeit anfangen kann. Also ich schaue mir in meiner Projektarbeit eine Reihe von Verfahren an, um die RNAs, die von unserem Genom abgelesen werden, zu rekonstruieren. Die genetische Information lässt sich darstellen auch als einfache Sequenz von Buchstaben. Das Problem ist, wir können nicht so einen langen Text am Stück lesen, sondern wir können eigentlich immer nur zufällig ein kleines Stück daraus lesen. Da kann man sich dann gucken, passen die vielleicht zusammen? Oder vielleicht einer von den ganzen vielen anderen. Also das ist so ein bisschen das Problem, vor dem wir stehen. Also mein Skript ist jetzt nicht wie vorher gesehen gestartet. Und jetzt versuche ich es nochmal. Und es funktioniert immer noch nicht. Meine Projektarbeit ist Teil eines größeren Forschungsprojekts zum Grönland-Teil. Ich habe wohl irgendwo einen Tippfehler oder ähnliches. Die Vorlesungsräume sind teilweise sehr weit voneinander entfernt. Also überall in der Stadt gibt es einzelne Gebäude von der Universität. Man hat dann dadurch automatisch immer so ein paar kleine Spaziergänge, kleine Pausen. Bioinformatik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, bei der wir vor allem Methoden aus der Mathematik und auch der Informatik nutzen, um biologische Forschung zu unterstützen. Wir besuchen jetzt die Vorlesung molekulare Genetik. Wir setzen uns immer wieder auch zu anderen Studiengängen im Bereich der Biologie mit dazu, um auch von denen was zu lernen. Es geht erstmal um die Struktur des Genoms und wie die Struktur des Genoms auch dynamisch angepasst wird. Und das ist wichtig, um zum Beispiel zu verstehen, wie Krankheiten entstehen können, wenn eben diese Prozesse nicht mehr richtig funktionieren. Mich fasziniert sehr an der Bioinformatik, dass wir in so viele verschiedene Bereiche reinschauen können und über viele Aspekte der Welt gleichzeitig etwas lernen können. Bioinformatik Bioinformatik habe ich als Studium für mich entdeckt, nachdem ich beschlossen hatte, mein erstes Studium zu wechseln. Ich habe davor angewandte Naturwissenschaften studiert und in dem Studium hat zu fast jedem Modul auch ein Laborpraktikum gehört. Ich habe für mich einfach schnell gemerkt, dass der Alltag im Labor, die Luft im Labor, das ist nichts für mich. Ich sitze lieber mit meinem Computer oder mit einem Zettel und Stift und denke einfach nach. Man sollte, um Bioinformatik zu studieren, auf jeden Fall eine gewisse Ausdauer mitbringen. Es gibt immer wieder sehr anstrengende Phasen im Studium. Es gibt viel auswendig zu lernen. Im Endeffekt schreiben wir die gleichen Prüfungen wie die Studenten aus den jeweiligen Studiengängen. Das heißt, genauso tief wie die spezialisierten Leute müssen wir das dann auch kennen. Besonders schwer war für mich Biochemie am Anfang des Bachelorstudiums. Da musste man einfach sehr viel auswendig lernen. Man muss einige hundert Molekülformeln auswendig hinzeichnen können. Das ist mir oft schwergefallen. Es ist manchmal schwierig, klare Grenzen zwischen seinem sonstigen Privatleben und dem Studium zu machen. Ich habe am Geburtstermin meines Sohnes tatsächlich erfahren, dass ich in einer Prüfung durchgefallen bin und sie wiederholen muss. Das wäre mein letzter Versuch gewesen und ich habe dann tatsächlich im Krankenhaus für meine Klausur noch gelernt und auch leider die ersten Wochen danach hauptsächlich mit Lernen verbracht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Vorlesung das war. Das war irgendeine Biovorlesung. Mein Sohn kann sich eigentlich schon ganz gut ausdrücken und wenn er findet, ich arbeite zu viel, dann kommt er und macht meinen Laptop aus. Neu ist, dass ich eine weitere Programmiersprache lernen muss. Es gibt natürlich immer Ähnlichkeiten zu anderen Programmiersprachen, das heißt, man muss nicht immer alles komplett von vorne lernen. Aber manchmal vermutet man, es gibt Wege, etwas zu lösen, weil man das aus anderen Sprachen kennt und dann funktioniert das so nicht. Ob mein Programm jetzt läuft, wie es soll, sehe ich dann in den Log-Dateien. Jetzt starten wir das Skript. Jetzt muss ich versuchen herauszufinden, was hier falsch war. Okay. Ich hatte einfach nur vergessen, was zu löschen. Ich hoffe, ich habe es gefunden. Ich hatte nur den Pfad zum Ordner angegeben, aber nicht den jeweiligen Dateinamen. Jetzt versuche ich es nochmal, wenn es funktioniert. Immer noch nicht. Jetzt habe ich es. Ich habe an einer Stelle vergessen, einen Parameter zu übergeben. Jetzt starte ich das Programm nochmal. Jetzt läuft es. Wuhu! Wuhu! Mir macht das Spaß. Es sind eben diese ständigen kleinen Erfolgserlebnisse, die man dann bekommt, wenn mal wieder etwas funktioniert. Na? Alles fit? Hi. Ja, bei dir? Ja, eigentlich auch. So. Würde ich von mir abschreiten, dass ich jetzt ein Sheldon bin. Aber das ist für mich auch keine Beleidigung. Auch generell an der Informatikfakultät. Da gibt es relativ wenig lange Haare. Bei Männern. Genau. Na ja, außer hier, ne? Na ja. Aber ihm fällt der Informatiker wahr zu. Das reißt es wieder raus. Alles klar. Hau rein, ne? Auf direkt? Ein bisschen. Denn wenn das jetzt nicht funktioniert hat, stehen nochmal ein paar Stunden zusätzliche Arbeit an. Also, das ist auf jeden Fall durchgelaufen und das ist doch schon mal gut. Gut, jetzt schauen wir uns die Ergebnisse genauer an. Okay, doch nicht. Ist wohl doch schiefgegangen irgendwas. Ne, bisher habe ich noch leider gar keine Idee. Eigenschaften, die einem auf jeden Fall im Studium helfen, sind Neugier und Geduld. Ich würde sagen, das passt auch zu mir. Es gibt definitiv Momente, wo man am liebsten seinen Computer an die Wand schmeißen würde. Ich hoffe, dass ich trotzdem mit der Arbeit in etwa in den nächsten sechs Wochen durchkomme. Ich treffe mich jetzt gleich mit Arne, meinem Betreuer, um das weitere Vorgehen und den aktuellen Stand zu besprechen. Na, alles gut? Ja, bei dir. So, ich habe auf jeden Fall heute einiges zu zeigen. Oh, das ist gut. Der Grönlandteil, das ist das langlebigste bekannte Wirbeltier. Der wird wohl über 400 Jahre alt. Ja, wir wollten ja verschiedene Verfahren zum Transkriptom-Assamly mal ausprobieren auf einem Testdatensatz, um zu sehen, was funktioniert denn in unserem eigentlichen Datensatz am besten. Und jetzt hast du hier ein paar... Genau. Ich habe hier unsere ersten Ergebnisse mal geplottet. Wir sehen hier in blau und hellblau die vollständig rekonstruierten Gene. Bei dem ersten Verfahren haben wir die schlechtesten Werte. Das dritte schneidet eigentlich deutlich besser ab als alle anderen. Ja, ich würde auch sagen, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist. Dann könntest du anfangen, das zusammenzuschreiben und dann könnten wir uns auf die anderen Sachen dann in deiner Masterarbeit fokussieren. Ja, möglicherweise können diese Erkenntnisse bei dieser langlebigen Art und bei anderen dann auch dazu beitragen, dass man insgesamt besser versteht, was trägt zur Langlebigkeit und zu einem langgesunden Leben bei. Und darüber dann auch eines Tages hoffentlich vielleicht auch was für den Menschen tun. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe vor allem auch viel gelernt, vor allem auch gelernt, praktisch zu arbeiten. Wir haben über das Studium hinweg sehr viel Theorie gelernt und jetzt komme ich dazu, das Wissen auch einzusetzen. Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn ihr wissen wollt, wie ein Berufseinstieg nach dem Bioinformatikstudium aussehen kann, dann schaut doch mal in die ARD Mediathek. Wenn ihr euch für das Thema Informatik interessiert, klickt doch mal hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.